2.12.2016. Ja, wir sitzen hier im Auto mit meinem Vater. Du kannst ruhig was machen. Dort hinten sitzt du Roland. Sag mal Hallo Roland. Und Remarcus. Und wir sind gerade am frühen Morgen unterwegs nach St. Pauli, um die drei Punkte aus Hamburg mitzubringen und wir sind rasend unterwegs mit geschlagenen 0 kmh. Wir parken hier auf der Autobahn, denn wir stehen im Stau. So ein Scheiß. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Naja, das tut der Motivation keinen Abbruch und ich würde sagen, Vater, gebt Gas. Vorne steht Auto. Gebt Gas. Oh, es geht los. Es ist jetzt, wie spät? Zwölf Minuten nach acht. Zwölf noch acht. Seit 6.26 Uhr stehen wir in dem Stau und wir stehen noch immer. Ein Lkw mit Zuckerrübe ist umgefallen. Es ist wunderbar, wie der Vater hat gerade Autorufen. So über wie weit? 200 Meter liegen die Dinger auf der Autobahn verteilt. Ne, ich hab nicht die Zugerriebe angerufen. Ich hab nicht die Polizei angerufen. Ich hab nicht die Polizei angerufen. Unglaublich. Ich krieg einen Adrenalinkick von der Geschwindigkeit. Wir fahren, wir fahren. Noch mehr Lauter, die im Stau stehen, denn wir stehen schon bitter. Es ist doch echt zum Kotze. Und das muss in keine Rüben schuld. Oh, ist das so nervig. Kein Aufenthalt in Hamburg ohne das Schweinsge. Oh mein Gott. So viel Leckeressen. Und ich werde hier jetzt auch gar nicht groß weiter filmen, denn ich werde jetzt mein Leckeressen essen. 14,9 Sekunden später. Es ist alles weg. Wir haben uns die Lauter kommen bei Zugschrode. Das ist Tradition. Die Lautergeschicht. Und wenn's rehen, den Gruß von Fritz. Hallo, ich bin der Matze und ich würd gern meinen Bruder den Christian und seine Freundin die Nina grüßen. Schade, dass ihr nicht dabei seid. Und auch einen ganz herzlichen Gruß an meinen geliebten Schatz, Bella. Es ist sehr schade, dass du nicht da bist. Es ist wirklich traurig, Hamburg ohne dich zu erleben. Aber wir bringen als Wiedergutmachung drei Punkte mit heben und machen Stimmung für dich mit. Liebe dich. Und ich werde jetzt nicht dabei sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020